ARD Text im Auftrag von Funk Du bist einfach irgendwo, egal wo dann ist, wenn Saved die Leute bei dir landen. Scheiße. Ja, ich hab direkt rot. Ey. Nein, nein. Rekas. Ich hab so getriet. Nein. Ich hab Päuste, ich kann nicht sagen. Hä, wie? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Danke an dir, die dachten, dass ich mehr als zwei Kills mache. Wie blöd ist, wenn ich ihn falsch habe. Oh, oh, oh. Mr. Beam. Mr. Beam ist die große Bühne gewohnt, der Mann mittlerweile. Er macht das ja nicht zum ersten Mal. Aha, ja. Weiter so. Ey, der Mann hat Respekt erstmal da oben. Der wird nicht mehr piepen. Oh, er hat einfach bestes Headset. Oh mein Gott, der Wurstwasser. Nice, Mr. Beam. Er hat so Paranoia. Er war auch zurecht. Oh, oh. Ja, ja. Auf den Zug. Auf den Zug, Mr. Beam. Auf den Zug. Rett sich stark ein. Oh, das ist einfach jemand drauf. Ey, bleib ohne Spaß. Bleib irgendwie im Zug. Wenn du leben willst. Oh Gott. Oh Gott. Jo, der ist einfach so richtig schlechten Actionfilm. Oha, oha. Knappt ihn euch rein. Einfach Actionfilm. Einfach Actionfilm. Oh, oh, oh. Keine Idee, Kahn ist gut. Mr. Beam macht das aber nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, er hört sich. Oh, das war knapp. Mr. Beam, jetzt ist halt ganz vorsichtig. Oh, er hört sich. Der letzte Feinies Fußgott ist ja weg. Mr. Beam ist weg. Er ist so süß. Oh, da kommt er nicht. Oh. Eissig. Der wird für Mr. Beam aufnehmen, Chat. Der hat Bock. Ich sag so. Der, der jetzt Mr. Beam nimmt. Ein Cent. Snell ein Cent gesagt. Oha, der hat den Finisher. Das ist äh. Ui. Ein Feinini. Ein Feinini. Das war schon. Ein Feinini. Das war schon cool, aber. Hat der cool gemacht. Überfahren und dann Finisher. Hi Nini. Oh, da kommt der Nächste. Ich fange mal. Ich hab das gar nicht gesehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er ist nicht wach, ja gut. Irache. Ja, der kostet mir noch vier Autos. Geil. Bisschen Roadtrip. Bisschen Dance. Müssen wir mal gucken. Bisschen Dance. Öfter machen wir mal so ein paar Wege. Weil ich halt nicht an die Regeln hält. Ich verlaube. Wild Party. Wenn du willst, geh mal morgen Hacker anzumachen. Ich freu mich schon. Wild Party. Halt mir mal bei Instagram. Wild Party. Ich hab nur den Hacker. Warum er hackt und so. Warum er hackt und so. Sehr romantisch. Hab ich leider nicht. Das fand ich kackig. Facebook. Nee, Facebook hab ich nicht mehr. Twitter. Twitter oder Instagram. Und ansonsten macht ihr einfach einen Account. Und schreibt mir da. Das dauert wirklich irgendwie zwei Sekunden. Bei Insta dauert es wirklich eine Sekunde, um den Accounts zu machen. Oder macht ihr Twitter. Das Ding ist halt, die Leute, guck mal, er rafft ja auch Platz. Er wartet einfach oben, weißt. Das wird dann schwer da hin. Ja. Er war ja immer dann entweder verletzt oder krank und war dann nie bei der Mann, sondern immer in der Ehe der Schrift. Das ist cool. Will ihn jetzt mal jemand töten, oder? Chat, komm. Wer den Mann tötet, kriegt nochmal 50 Cent rum drauf. 50 Cent. Ich bin nicht so, komm. 50 Cent. Ihr könnt euch auch ausnehmen, ob ich dann. 5, 10 Cent. 2, 20, 1, 10 Cent. 1, 5. Das ging schnell. Muss du wissen. Wie ist denn Geld ab? Bisschen hier? Na? Da kommen sie. Oh mein Gott. Ey, ist alles wunderbar. Das war Geld. Geek. War ja frei. Clap in den Chat, Freunde. Clap für beide. War von beiden gut gespielt. Aber sag mal, so lustig kocht ja das auch immer auch frei. Ja, das ist so geil. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Scheiße. Jetzt aussteigen? Wer steigt jetzt aus? Wer hat sie wollen? Oh nein, das ist eine Schweinehupe auch richtig geil. Du hast am Anfang eine Frau so gespielt. Du wusste noch ganz am Anfang, weil der Truck hatte noch mehr Leben. Und der war doof, also du konntest so krassig erwähnen. Das war krass, also der war glänzer noch. Die drückwärts genau so schnell gefahren vorwärts. Und du konntest so, also du konntest einfach alle überfahren. Weil der so schnell war und du konntest so ganz schnell gegensteigen. Ähm, Truck. Realistisch. Das war wirklich krank. Im Solo sind doch alle nur mit dem Truck hingekommen. Auf wen setzt du auf den Truck? Mit schwarz macht und braun. Der reicht schon. Dann setzt du auf Mr. Wood. Wem ist der im Auto? Der von Mr. Wood? Der von Mr. Wood. Was für ein... Oh! Das war's mit mir. Scheiße! Oh nein! Alle werden, glaube ich, in der Lobby wurden noch nie so viel überfahren. Mein neuer Ticker ist so viel. Ich muss ja hier jetzt sowieso. Leben nicht mehr viel, ne? Leben nicht mehr viel, ne? Kann ihm eigentlich grad nicht in Rücken schossen werden von Storage. Der nächste, der ihn killt... 50 Cent. Den könnt ihr euch auch gerne wieder aussuchen. 5 x 10 Cent. 2 x 20. 1 x 10. 10 x 5. Das Ding ist halt, viele Finies erscheinen sich halt gerade eher auf Sieg zu spielen anstatt auf den Kill, weißt du? Ja. Wir wollen den Zähne haben. Ich will aber... Du hast noch ne Drohne, ne? BJK. Ich würd sie jetzt gleich einsetzen, weil ich glaub, da ist noch so ne Mate irgendwo in Storage Town. Vielleicht hat der keinen Geist genommen. Auch nicht. Die wissen eh alle, wo du bist. Also scheiß drauf. Wir brauchen Informationen! Schick die Aktion! Wer kommt der Erste? Einer vom Mod-Team. Auf den Mann setze ich Kopfgeld aus. 2 Euro. Ich wiederhole. 2 Euro auf Seth. 2 Euro. Ich wiederhole. 2 Euro. Einer vom Mod-Team. 2 Euro. 2 Euro. Trink mir seinen Kopf auf dem Silbertablett von Seth. Trink mir seinen Kopf! Oh nein! Jetzt push ihn! Jaaa, Junge. Wer ist das? Kai Pflaume. Ey! Kai Pflaume. Ja! Rip-Mod-Team. Einer nur noch. 1-1. Kai Pflaume? Hat er gesehen. Oh mein Gott. Stun! Kai Pflaume holt sich das Ding. Kai Pflaume holt sich das Ding. Sag auch das so. Erlebt dich auch. Erlebt dich auch. Er hört wirklich gar nicht so abgemacht. Geil. Erlebt dich auch. Er findet sich super unterhaltsam. Waren sie das Ding sagen? Der Anni hört sich nicht mit Musik. Er hat so laute Musik an. Ich hör nur. Das Bauamt und das Finanzamt und die Deutsche Bahn. Das Bauamt und das Bauamt und das Finanzamt. Oh Gott. Guck mal hier die Namen. Heuchler. Tomland. Smarter. Rega. Alpinius. Danny. Mo. Finanzamt. Salitos. Mr. Wood. Hagekorn. Karechma. Peter Zwegert. Bauamt. Rosa. German Jims Arbeitsarm ist auf dem Fixi Strammann. Wirklich die Namen sind so weird, Jim. Hilfe. Hilfe? Jojojojojo. Hallo? Servus, hallo. Kai Pflaume. GGs. 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 Wie viele Kills hattest du am Ende? Boah, ich glaub sechs oder so. Sieben. Sechs, sechs, sieben. Schreibst du mir bei Insta jetzt kurz? Äh, ja, warte. Soll ich Bild schicken oder so? Wie heißt du denn auf Insta? Sag einfach deinen Namen. Tim.7.7. Schreibst du? Ich schreibe Kai Pflaume. Gerade jetzt? Ja, ja, gerade. Hab ich geschrieben. Ich grüße noch Peter Zwegert. Aka Amor. Ja. Kannst gern weitergrüßen. Okay, hab dich. Nee, nee, das reicht schon. Also schreibe einfach, was du nehmen willst bei Insta und dann schicke ich dir das morgen oder so, okay? Hoffentlich entspannt. Okay. Ja, alles easy. Perfekt. Danke dir. Dann GGs. Ciao, ciao. Er hat Peter Zwegert noch gegrüßt. Wie schön süß hier gewesen. Alle süßes. Alle freien. Was出 denn eine große W shock? Alles ist sicher erschroven? Was ist oder schön nicht? Jesus Mann. Es ist sicher... Was ist sicher wie immer von Twin Hろう? Oh Gott, was bes FPSは? vors Commt Kraft.